Der Amerikaner Jeff Bezos hat den Tesla-CEO Elon Musk überholt und ist jetzt wieder der reichste Mensch der Welt. Das zeigte der Bloomberg Billionaires Index, der täglich ein Ranking der reichsten Menschen der Welt aufstellt. Das Vermögen des Amazon-Gründers beläuft sich auf 200 Milliarden Dollar und übertrifft damit das von Musk. Kein Wunder, denn die Amazon-Aktie verzeichnet im Vergleich zu Tesla das beste Umsatzwachstum seit Beginn der Corona-Pandemie. Ob Bezos an der Spitze bleiben wird, entscheidet der Markt. Das ist so schön.